Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Moin, moin, und willkommen zurück bei Belltech. So, erste Mission hatten wir ja erfolgreich abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Ich muss mal reparieren. Okay, reparieren. Da war alles cool, glaube ich, bei dem. Ähm, diese Teile von dem Locus. Oh, wie hieß der Locus? Klo, glaube ich. Ich weiß das nicht mehr. Dazu kann ich sagen, das ist ein Mech. Der ist im Kampf absolut untauglich. Aber er ist wahnsinnig schnell. Ich glaube, so der schnellste Mech, den es gibt. Mal gucken, was wir mit dem machen. Mannschaftsquartiere, Mechbuchbuchten, Aufträge, die Quartierungshalle, Finanzenruf, Sternkarte. Was sehe ich denn hier? Warte mal. Den können wir doch hier eigentlich... ...diesen Mech ins Lager schicken. Ausrüstung wird entfernt. Den werden wir mal wegschicken. Dann sparen wir uns Unterhalt. Äh... Lager. Locust. Achso, so hieß der. Und hier haben wir den Firestarter. Beide Teile. Brauchen wir einen, haben wir. Der wäre bereit. Was? Locust wäre bereit. Achso, ich habe ja schon einen davon. Ah, deswegen ist er schon bereit. Okay, haben wir jetzt irgendwie... Warte mal, Lager. Komponenten. Ausrüstung. Wärmetauscher. Sprengdüsen. Da ist gar nichts. Bewaffnung. Was haben wir denn hier schönes? Das sind die normalen Waffen. Das sind die Laserwaffen. Das sind Raketen. Äh... 180, 420. Der kann sofort... Das ist jeder Richtung... Äh... Jeder Entfernung schießen. 20.000er wert. 150.000er wert. LsR 10. Mal gucken. Vielleicht können wir... Die irgendwo einbauen. Äh... Buchten. Nee. Ach, hier. Hat hier irgendeiner Raketen? LsR 5 und LsR... Ha, guck an. Er könnte die zum Beispiel nehmen. LsR 5. Komponenten. LsR 10. LsR 5. LsR 5. Ist aber auch nicht leicht, ne? Ah, die haben wir schrotten. Umrüsten. Rüsten wir den mal um? Lärmetauscher. Er hat sogar... Ach, nee. Der hat schon die maximale Tonnage erreicht. Verdammt. Ein Mg. Barry Browning. Haben wir da viel Munition überhaupt? Für die Raketen? LsR Munition. LsR Munition. Ja, hätten wir so, ja. Was? Er hat da auch schon... Ja, okay. Komm, lassen wir einfach. Naja, bestätigen. Abbruch. Ja, jetzt raus. Gut. Dann lass uns einfach mal weiter fliegen. Okay, das ist ja bereit. Du bist... An sieben Tagen bist du auch wieder soweit. Warte mal, stopp mal. Habe ich überhaupt jetzt... Aufträge? Ich habe noch gar keinen Auftrag angenommen, glaube ich. Ah, 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 ah. Ah, mittlere Führungsebene. Lieben Schrott. Was ist das denn? Für eine Reise zu anderen Systemen erforderlich. Ne, uns bietet sich eine seltene Gelegenheit. Eine wichtige Person in der Hierarchie, Pirat, das System auszuschalten. Der Tod dieser Person wird den Feind ins Chaos stützen und die Planetenregierung kann so mit ungehindert agieren. Wir haben nur ein kurzes Sidefenster, in dem das Ziel kaum bewacht wird. Das ist die perfekte Gelegenheit für einen Angriff. Wir werden wohl nur jemanden mit der mittleren Führungsetage erwischen. Normaler. Nicht besonders ruhmreich, aber lukrativ. Das Ziel wird in der... äh, in Begleitung sein. Und wir, ähm, erhalten einen Bonus, wenn wir diese ebenfalls ausschalten. Sollte das allerdings zu brenzlig werden, können wir schnell zuschlagen und uns dann wieder verziehen. Äh, ich muss mich gerade mal am Rücken kratzen. Äh. Und was... Und dann... Da muss ich ja abhauen, denn, ne? Na komm, nehmen wir an. Warum nicht? Äh, fünf Teile. Ähm, Bezahlung. Warte mal. Sieben Teile Maximum. Nehmen wir sechs Teile und 50.000. Meine Scheiße, die Piraten, Alter. Gebe ich ja mal... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Warte, warte, warte. Warum ist keiner bereit von meinen Mechs? Warum bist du nicht bereit? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Siehst du doch. Wenn wir die so drehen, sieht doch alles in Takt aus. Zwei, erfolge Verbesserungen. Hm. Warum bist du nicht einsatzbereit? Ist noch ein Laden, gucken wir mal, was wir da so besonderes kriegen könnten. Verbesserungen anzeigen. Amor... 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 Amor Modifikation. Ah, Modifikation, ne? 44.000. Das ist ein Nagkampffscharen. 20 Nagkampffscharen. Das sind hier erst Eigenschaden. Äh. Damit Tauschern zeigen. Umdüsen. Unterstützungsgegenstände. Mg Munition, halb. Mg Munition, äh. Brotstreckenraketen. Ne, ach, verkaufen. Was kann man verkaufen? So. Bokastik wird man verkaufen. Aber lassen wir erst mal sparen wir uns mal. Einheit anpassen. Wieso kann ich da nicht... Da steht noch nicht. Warum denn nicht fertig ist? Okay, vielleicht sollten wir einfach... Gnanzbericht... Gnanzbericht... Können wir eventuell nur mit einem einzigen dahin? Attentat. Wollt das so haben? Planetenregierung, bei dieser Reaktion kannst du keinen Ruf gewinnen. Ach, das ist ja schon eingestellt. Habe ich hier unten gar nicht gesehen. Äh. Let's go jetzt hier. Mal spannend. Das dauert wieder. So, uns bietet sich die gesamten Gelegenheit. Eine wichtige Person. Der Herr, ich bin gerade. Ach so, hat man ja schon durchgeblieben. Ich störe das Ziel. Und Flüchte. Machen wir gleich, wenn es mal so weit ist. Ich hoffe, da gibt es geile Mechs, die wir dann zerpflücken können. Alter, ist das laufend. Ich meine, unsere Emotionen waren richtig. Das Ziel findet sich im Einsatzgebiet und wird nur leicht gewacht. Hier sind Piratengruppierungen, äh, hat eine Menge Einheiten in der Nähe. Das ist jetzt stationiert. Ah, das ist hier so ein... Eigentlich kann ich ran so gut. Schade. Kann ich nur nicht sehen. Schatten sie sie aus, begeben sie sich zur Vergebungshilfe, damit wir uns den Gehaltsstack erlösen können. Oh, jungen. Äh, jetzt kann ich mich bewegen. Ohne steht ja. Nenne ich mal, am besten gehen wir hier oben ruf. Machen von da aus dann die Attacke. Kann ja schnell gehen. Wo haben wir einen? Wo? Ich sehe keinen. Wo ist ein Feind? Ach da! Hallöchen. Ach Gott, ist der Kleidig über den. Ah, der kommt schon her, fuck. Okay. Stell dich mal da hin. Confirmed. Die Beschützungsanheiten zerstören. Irgendwann hin. Oh, noch einer. Wir müssen ganz schnell nach oben da, irgendwie. Gleich springe ich am besten. Ah, komme ich nicht rauf. Copy that. Wir müssen ja nicht unbedingt den Höhlenvorteil verlieren. So. Uli. Holzmarsch. Na? Richtig doch mal. Hm? Jetzt müsste eigentlich eine Sichtwelle kommen. Ja, da ist er schon. Was ist das für einer? Locust. Ah, der Medusa ist so... Klein. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir ihn ja ein paar verpassen. Oh, er hat gesessen. Müssen wir den schnell platt machen, weil der da ist. Uli, so. Äh, Sprungdüse. Direkt auf ihn. Ja. Wärme. Schaden. 25 Zielgröße. Plus 3 Schuss. So, Attacke, ne? Ist ja weg. Der Schrott. Geht mir schon zu. Oh, jetzt sind wir dran. Springen. Wunderbar. Da können wir den irgendwie von hinten in den Rücken fallen. Und jetzt sind wir noch... Und jetzt sind wir noch... Und jetzt sind wir noch... Und hier auch schon angreifen, ne? Obwohl, ne, kann ich nicht. Er könnte ihn angreifen. Na, wie haben wir denn da? Kommando. Mal her, wir wollen da einsehen. Äh. Den brauche ich nicht. Feuer. Hm. Gläser. Hey, ganz verliebt. Was? Was ist denn Raketen? Ah ja, bleib locker. Bleib locker. Got it. Schießt nach, geht doch nicht. Uff. Kommt der von da hinten jetzt, oder was? Bis da war ich rein. Jetzt ist hier ein Schlag. 30 entschlossen halt. Wir haben... Komm, gehen wir. So. Knacken wir in der Beine weg. Nee, warte mal. Nochmal. Hier auf dem. Okay. Let's go. Und wie war das jetzt nicht so, wie ich das wollte? Der hat ihn ja komplett getroffen. Äh. Blöd. Naja. Ein Kontakt, wo? Da hinten. Ziemlich weit oben. Hmm. Waiting on you, Commander. Ich durfte mich ja nicht sehen, wenn ich schießen könnte. Dann springe ich von oben runter. Achso, er jetzt noch. Ah, er war gut zu sehen. Es sah ziemlich fett aus. Geht er da lang. Oh. Äppeln? Er könnte schießen. Wir stellen es erstmal hier hin. So. Mann. Dann. Da hin. Und da hin. In der nächsten Runde jumpen wir dann runter und dann ist er völlig. Ja, er weiß schon, wo ich stecke, ne? Er guckt. Ah shit, er guckt leider nicht. Ja. Vielleicht. Könnt ihr hinter ihm springen? Bittere Laser. Dann muss er da hin. Confirmed. Oh. Uh, da ist er. Shadowhawk. Puh. So. Dann direkt hinten rein. Oh, da war noch mal ein Volltreffer gerade. Ah, der kann nicht bis da. Shit. Äh. Oh. So. Rezessionsschlag. Kopf 2% nur, die Chance. Dann treffe ich ihn nicht. Gleich mit einem ordentlichen Treffer in Fuß. Dass er umkippt. Ne. Hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. 35, 80, 40. Damit müssen wir ihn aber den Fuß jetzt definitiv wegknallen können. Ach, Herrgott. Ach, der kann kein Präzisionsschlag mehr machen. Verdammt. Oh, der ist auch noch ein Fuß. Er kippt nicht um. Na, jetzt gibt er uns erstmal noch mal eine mit. Ach, nee, Medusa kann noch mal. Ah, Mist, reicht nicht. Direkt hinten rein. Firing. All weapons. That hits something good. Das wird ja nicht überleben. All weapons. All weapons. Commited. Affirmative. Affirmative. 4 prädoyer männer wer mit tauscher zerstört ein schluss hat aber hier klappen du Wenn ich da nur Nahkampfangriffe machen... Multi-Ziel-Aktionen, da musst du drei verschiedene von Zielen innerhalb der... Ne, das geht ja gar nicht. Ja, na gut, dann versuchen wir mal. Unfassbar, jetzt hat er es echt überlebt, kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt gibt er mir hier auch nur eine Mitte. Hei hei. Hei. Äh. Hm. Jetzt ist sie ohne Schlag... Direkt... ...hinten rein. Oh, what the fuck, oh. Ah, verdammt, jetzt ist mir eine Arme, Freunde. Badass. Nee. Das ist doof. War nicht so prickernd. 60%ige Chance nur. Ja. Nein. Gute Arbeit, sie haben alle Feinde ausgelöscht. Ich kann sie gleich hier abholen. Wir müssen nicht erst... Yo, machen wir. Aha, Mission erfolgreich. Der war halt schon hartnäckig der Meck, ne? Also, wir gucken, ob wir ein paar Teile von denen jetzt bekommen. Oder nur irgendwelche Munitionen oder sonst... Äh... Ah, nee. Auftragsbezahlung von sie erhöht. Oh, nice. Und 25% erhöht. 40 und 20 erhöht. Ja, mit denen sind wir auch im Kriegsfuß. Das ist mir egal. Guck mal, Commander. Wir haben uns so offen, äh... uns offensichtlich auf die richtigen Seiten der Firma verlassen. Wir werden uns bei ihnen melden, wenn wir mehr Arbeit für sie haben. Da siehst du. Ist doch schön. Ah, ein bisschen weit haben wir abgekriegt. So, ah. Geborgene Meck. Kommt zwei. Shadowhawk. Da haben wir halt. Zwei Millionen. So, 133. 844. SR. Werbetauscher minus drei. Uh. Mhm. Ich bringe auf jeden Fall den mit. Strupp. Bestätigen. Und er gibt mir noch die Teile und ein bisschen Munition und Paketen. Ja. Sehr schön. Währungsabkommen. Mit T1 und 6. Flüssefigur. Attentat. Die bleiben da. Na ja, gut. Ich hab drauf geschissen. Okay, gut. Missionen erledigt. Folge zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieessoer! 주endlich. Sie cardi stellen.